Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Videomakler TV. Seit dem 1. Januar ist Ingo Meningati mit seinem Maklerunternehmen SPI Immobilien lizenzierter Videomakler für den Landkreis Saarlouis und Merzig-Wadern. Vier Immobilienvideos wurden bereits abgedreht. Der Schritt zu einer Immobilienpräsentation mit Video war für den Makler aus dem Saarland eine bewusste Entscheidung. Wir wollen die bestmögliche Vermarktung der Immobilien unseren Kunden bieten und Videomakler TV bietet aus unserer Sicht das beste Produkt auf dem Markt an. Für die erste Produktion war auch der Gründer und Initiator von Videomakler TV, Uwe Bachmann, persönlich im Saarland. Vor Ort steuerte er den Flugroboter, der einmalige Aufnahmen aus der Luft ermöglicht. Diesen Service können nun Eigentümer aus der Region dank des neuen Videomaklers in Anspruch nehmen. Mit SPI Immobilien gibt es eine fantastische Zusammenarbeit. Wir kommunizieren sehr gut, wir telefonieren auch ab und zu außerhalb von Drehterminen insgesamt, um alles gemeinsam abzustimmen. Und auch die Verkäufer, die haben uns schon begrüßend erwartet. Und ich habe auch noch nie so eine tolle Begrüßung erlebt, dass wie zum Beispiel eben hier ein Werbeprojekt an der Hauptstraße hingestellt wird. Ja, es ist natürlich eine fantastische Begrüßung, eine tolle Werbung auch für Videomakler TV. Und dafür danken wir natürlich auch den Makler oder SPI Immobilien hier im Saarland für diese tolle Begrüßung. Zu einem weiteren Service von SPI Immobilien zählen auch persönlich zugeschnittene Baufinanzierungskonzepte. Der Fachberater Thomas Rhein berät die Kunden individuell. Das ist natürlich für jeden Kunden eine tolle Geschichte. Das heißt, wir auch sparen dem Kunden, dass er selbst von Bank zu Bank laufen muss. Wir kennen die aktuellen Konditionen und Herauslagekriterien. Und somit können wir natürlich dem Kunden immer sehr schnell eine optimale Finanzierungslösung bieten. Eine ganz tolle Sache ist natürlich auch das Netzwerk mit Saar-Pfalz Immobilien. Der Herr Minigatti und sein Team kann die Immobilien sehr gut einwerten. Das ist natürlich auch wunderbar für mich als Baufinanzierungsfachberater in Zusammenarbeit mit den Partnerbanken. Hier kommen wir immer sehr gut auf den entsprechenden Beleihungswert und die Finanzierungen können auch sehr schnell zugesagt werden. Zusammen mit dem Netzwerk Videomakler TV bietet der neue Videomakler SPI Immobilien ein breit gefächertes Dienstleistungsspektrum an. Immer auf dem neuesten Stand zu sein, ist für den Immobilienmakler Ingo Minigatti ein großes Ziel. Wir wünschen uns, dass die Harmonie weiter so gut besteht mit ihnen und dass wir die Neuerungen und die technischen Finessen, die immer wieder auf den Markt kommen, zusammen ausweiten und das immer wieder unseren Kunden anbieten. Und dass wir einfach die Nummer eins werden, was das anbetrifft, das Know-how und die Innovation im Saarland. Ein großer Schritt in die Zukunft ist gemacht. Damit steht Käufern und Verkäufern ein weiterer kompetenter Partner zur Seite. Wir bringen Immobilien nach Hause.